Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Ihr könnt heute wieder abstimmen, was wir am Freitag im Livestream spielen. Ähm, kurz überlegen. Es gibt die Wahl zwischen PlayerUnknown's Battlegrounds, Mario Kart 8, Deluxe, Fortnite und einem Spiel eurer Wahl. Ähm, ja, macht da gerne mit. Und oben rechts auf das I drücken, wie immer und wahlweise für ein Spiel direkt stimmen oder fürs Top-Kommentar und dann unten in die Kommentare gucken, ob euer Spiel schon geschrieben wurde, wenn nicht. Es reinschreiben, wenn's schon geschrieben wurde, einen Daumen nach oben auf das Kommentar geben. Vielleicht noch darauf antworten, so nach dem Motto, ja, bitte das, keine Ahnung, irgendwie sowas. Von daher sehen wir uns dann hoffentlich Freitagabend im Stream. Ich denke mal so 19.30, 20 Uhr, irgendwann so wird's losgehen. Ähm, schaltet gerne ein. Ja, dann bis Freitag. Schau, Kakao.